Zack Oh So weiter geht's hier ne? Ich weiß gar nicht mehr was ich machen muss jetzt Am besten gehen wir einfach mal irgendwie hier raus Wo kommt man hier raus? Da hinten Ja, dritte Folge ist das glaube ich jetzt ne An sich ist das Spiel ganz witzig Letzte Folge war ein bisschen langweilig weil da viel Gelaber war Ich hoffe das ändert sich auch Aber ich glaube am Anfang ist das überall so Dass man immer ein bisschen Gelaber ertragen muss Damit man überhaupt Vorankommt so Ah da geht's schon weiter Da gehen wir lang Da kommt schon der Erster am Labern Tamura Was los Und was Neues Nicht viel man ich will dir jemanden vorstellen Aoki Das ist ein Journalist Der gerade neu im Business ist Magazine macht der Ja das heißt Spa Ja Was haben wir noch nie gelesen haben? Da war bla Ich frage nicht was das äh Der heißeste Der heißeste Scheiß gerade in der Stadt ist Und ich hab gesagt du wirst du an der Kassen Ah Das bitte ja nicht mit so komischen Aussagen Was dann? Ich hoffe wir können zusammen mal zusammen arbeiten Äh Ja ja wir sehen uns dann noch später So jetzt lass mich mal den Kaffee rechnen Weiter geht's Tenkai Schießflug Wo geht's hier lang? Hier rein? Enter Hin und her Leicht und schwer Irgendwie hat das was das Spiel so Dass man mit der Freie ein bisschen rumlaufen kann Was heißt Freie aber Eine Die Ne Kau Lпер Kassiwara Kappern der Kazama Familier Möty Der Tatsache Kazuma Si Kau opportun Das Kau Kau Ja ja Ich weiß Ich balde Mann Ja ja Du brauchst doch keine Zeit zu reden, gib mir das Meilen, einfach her und fertig. Kashiwagi, hör auf damit, Junge. Eine Minute will ich mit ihm schnacken geben. Also lass ihn mal, geh mal raus hier, mein Freund. Jetzt wird hier erstmal unter Männern geredet. Aber du bist so einfach, als ein Kind, der Kugel zu müssen. Wenn ich jetzt nicht da, dann kann ich nicht sagen. Ich danke dir. Hey, du wirst dich nicht. Ja. Du bist im Gesicht auf den Himmel? Nein, ich habe schon noch nie gesagt, was Nischi und Yumi nicht. Ich sage immer, du bist da. Geh mal. Das ist dein Kind, wie dein Kind. Ja. Oh. Entschuldigung. Was, du unterbrechen wir mal. Okay, Shinji. Kagawa. Shinji Kagawa ruft an. Irgendwas ist mit ihm. Wir sind Geld zurück. Ich bin Shinji. Runa. Die Poreina. Oh, Yumi wurde genommen. Auf die er steht. Was will der Boss mit ihr? Er weiß es nicht. Oh, oh. Wo ist er denn da? Das ist dieser eine da. In der ersten Folge. Ja, das heißt, er will unbedingt gegen uns kämpfen. Dann hat er jetzt was er erreichen will. Das hört sich irgendwie an die Brüder an. Er weiß, was das hier ist. Also ja. Wir gehen. Nein. Wie? Was ist so schwieriger gemacht für alle drei von euch? Warte ab, bis ich ihm was machen kann. Was soll das? Nein. Das ist Familie für mich, die beiden. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Es tut mir leid, was soll ich machen? Nein. Yumi. 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 Und ja. Da hab ich extra den Ring für geschenkt, du. Hat er extra gemacht. 120.000 Herren. Es regnet jetzt eigentlich nur in dieser Stadt. Zieh durch. Wichtige Cutscene. Wenn man sieht, dass er schnell hinläuft. Ja. Zieh durch. Ja. Es ist was falsch. Lass mich mal jetzt durch. Gib mal Regenschirm her. Kann man die eigentlich auch her? Naja. Kann man hier was machen? Auch nicht. Wär witzig aber. Nur mit nem Mofa und Motorrad durch die Gegend fahren. Aber anscheinend geben die immer einen Weg hier vor, wo man lang gehen muss in Atomstrichen. Was für mich nicht so was ist, wenn wir mit Ordo irgendwo fahren können. Da ist auch was. Ja. Gib mir das Geld zurück. Ich muss schnell los. Nachdem du mich zerstört hast. Gib keinen Weg zurück. Ich muss ihn kennen können oder was? Ja. 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 Wenn du unbedingt willst. Er mit seinen. Zack. Ja. Der hat mit seinen. Komischen. Ein bisschen Kampfteam in anderen. Alter. Die regeln dich nicht auf. Ja. Sag mal. Lass mich mal eben hier. Zack. Kampfbeeren. Jetzt ist wieder ein bisschen schneller unterwegs. Oh. Er ist richtig schneller unterwegs. Der gefällt mir. Zack. Was denn? Was denn? Was denn? Oh. warte doch mal eben das wird er kann ja gar nicht reißen müssen vergessen wie man hier ich bin noch nicht in diesem richtigen Nicht mit mir, mein Franzi. Geh mehr in den Laden. Nein, nein, nein. Zack, zack, zack. Warte doch mal, warte doch mal ganz kurz ab, ey. Kann man hier noch irgendwas greifen? Das wäre richtig witzig. Komm, wir machen mal diesen wilden Modus höher. Zack. Und gute Nacht. Ah, Bomben weg, Fickte. Fliegen aber auch immer Meter weit. Bei den Schlägen kein Wunder. So, was ist jetzt? Ja, ich muss weiter, man. Kann mich doch nicht mal aufhalten, wie man kämpfen. So, hier sind wir jetzt. Irgendwo hier rein? Hotdogs essen? Family Office. Das heißt wieder, die labern mich wieder voll und dann vielleicht kämpfen. Mal gucken. Es gewittert auch jetzt, ja. Oh oh, Tür ist offen, Vorsicht. Schau auf. Ach so, er hat ihn erschossen. Okay. Yumi. Wer war das denn nochmal? Wer war das denn nochmal? Der Boss. Er wollte Yumi angehen. Ja, richtig gemacht. Ja, alles gut, Bruder. Mein Gott. Yumi. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Wirklich nicht. Aber jetzt kommt da gleich irgendwas mit Polizei. Da muss ich wahrscheinlich mit der Polizei mich da anlegen, oder was? Nischke. Yumi. Yumi. Ich habe euch gemacht. Das ist wiederher. Vor mir, Beste drehen. Ja, ja. Dabei ist ja auch nicht. Da war ich nicht. Ich bin nicht hinterher. Also, wenn du nichtFirst Gerätchen hast. Oder ist es zu Ende, dass du hierherjehst. Als du hierherst bist, rbst du hin und du einfach nicht. Wo ist das? Also, du hier bist. Ich will also, du hierherst. Nishikin Geh Nishikin Ich mach das schon. Geh weg jetzt, Junge Mann. Ich berege das hier. Was ist denn los? Was ist denn los? So Jetzt sind wir da wo wir am Anfang waren, wo ne? Hab ich wirklich verstanden, hoffe ich mal Achso, jetzt tut er so, als wenn er ihn erschossen hat. Das ist doch Quatsch. Warum macht er diese? Ja Der Ring liegt noch da von ihr Achso, jetzt versteht man das. Jetzt kommen die Polizei rein gestürmt. Das haben wir am Anfang schon gesehen. Aber Wollen wir die Polizei schon Bescheid so schnell? Hat er jemanden angerufen? Fight? Oder ab ins Gefängnis. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Wir haben überall Geld diskutiert. Verarsch mich nicht. Mal kurze Date. Das ist ein Detektiv. Fertig. Schützt jemanden. Schützt jemanden. Scheiß egal wer es gemacht hat. Wir müssen diese Akte schließen so schnell wie es nur geht. Scheiß egal wer es gemacht hat. Kannst du den Ring Captain Kazama geben? Sag ihn nicht, es tut mir echt leid. Schützt jemanden. Schützt jemanden. Vorher aus dein Glück raus. Ich weiß. Geh nach Hause. Sorry. Keine Versprechen. Keine Versprechen. Dürfen wir jetzt wieder weiter oder was? Naja, wir sind... Schien. Du hast einen Besucher, Bro. Seine Haare gefallen mir jetzt nicht so. Shinji Kagawa wieder? Ja. Hat er mal das gleiche an, oder? Mein Vater. Ich hab mich nicht verloren. Was ist die Frage? Ich weiß nicht. Was ist das so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du musst unbedingt diesen Brief haben. Was ist mit der Dojima-Frau? Wie ist das mit der Dojima-Frau? Kasama, Sons Familie, nimmt jetzt die Familie, versteht's, Zeit ist vorbei, ich bin jetzt im Knasch, oder was? Am Romayan. Oh oh, Yumi wird vermisst. Sie erinnert sich an nichts. Sie erinnert sich nicht an dich oder an Kishi. Und dann ist sie vom Krankenhaus weg. Kasama gesagt, ich soll sie nicht erzählen. Nishiki und Kasama sehen sich nach ihr immer. Sehen sich um. Kagawa, pass auf, Yumi auf, das ist die mir ein Ring. Okay, Kagawa wird jetzt immer auf sie aufpassen und ich bin jetzt hier im Knasch oder was, ey. Was soll denn das? Komm, wir brechen auf. Yo. Sag mal. Muss doch sein, mit ner Gabel. Er hat doch Hunger gehabt. Du bist das, ne? Der den Boss umgebracht hat. Sei ruhig, ne? Das ist der Kanzler. Der Kanzler. Der Kanzler. Der Kanzler. Der Kanzler. Der Kanzler. Kanzler. Alter. Leute, muss das sein? Komm her! Alle gegen einen oder was? Ein Tojo-Klan-Officer ist das. Die begrüße, wenn du in der Halle mit dem Boss bist. Einfach alle mit mir, ist auch gut. Alter, jetzt bin ich hier völlig raus. Gerade hier was zu bestehen gekommen. Jetzt muss ich hier... Na komm, machen wir den Platz. Und du? Komm, wir tanzen eine Runde. Komm wir, wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Zack, geht er nach. Jetzt kommt er mit seinen zwei Gabeln an. Von mir aus. Mit zwei Gabeln? Komm mit Fäusten, Junge. Aber er hat's richtig. Warte mal, ich muss irgendwie ausweichen. Zack. Zack, zack, zack. So, was haben wir hier noch? Haben wir was, was wir nehmen können? Anderer Kampfstil. Zack, Rush. Was ist das für Kampfstil? Dragon. Aufwandesan, aufwandesan. Was? Entfernung. 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 Okay. Gib ihn. Zack. Oh. Eieieieieieieieieieieieieieieieiei. Das muss jetzt auch nicht sein. Wer ist der Name? Hör mir auf. Hehehe. 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 Einmal diese Story. Einmal diese Story. Nandato? Zack. Erstmal schlafen gehen. Alles klar. Ich muss jetzt mal speichern hier, was soll das denn? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Was ist das für ein Quatsch? Warum speichert er das? Hallo. Verstehe ich nicht. Speichern noch 26 Mal. Ja, ist gut. Verstanden. Safe completed. Ich komme uns den Film an und dann sage ich schonmal, wo ich pausiere hier mal und sage schonmal Danke für die Leute, die zugeschaut haben. Ich weiß nicht, dritte, vierte ist es jetzt schon. Und ja, vielleicht geht es mit den Kämpfen mal ein bisschen weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage Ciao und Dankeschön. Ange legen. Das Gesang.